Wir von Laufcampus planen derzeit einen ganz besonderen Event, die Runners' Night. Einen Motivations-Event für Läufer oder solche, die es vielleicht noch werden wollen. Andere würden Tagungen dazu sagen oder Kongress. Wir nennen es Motivations-Event, denn das beschreibt am präzisesten, was wir mit euch vorhaben, nämlich einen ganzen Abend lang Motivation zu spenden fürs Laufen. Und dabei helfen mir ganz besondere Persönlichkeiten aus dem Laufbusiness, darunter Olympiateilnehmer, Weltrekordler, Extremsportler. Alle werden ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen, einige Anekdoten mit euch teilen. Seid live dabei, entweder in Köln oder live bei der Internetübertragung. So oder so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich anzumelden. Mein Name ist Andreas Butz und ich freue mich ganz besonders auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020